Also ich helfe Mutter Natur sehr, sehr viel aus mit meinem Bierkonsum. Auf jeden Fall. Bei einem Ding hier bei uns, ne? Ich hab schon mal einen nockt. Du musst gleich sagen, wenn du irgendwie hinkommen siehst, ne? Ich hab irgendwie nockt. Wo ist denn sein Mate? Ah, der kommt. Ein Revolver. Der kommt bei mir, glaub ich, ran. Echt? In meinem Haus, ja. Der arme Typ hat einfach keine Freunde. Wow. Wie sehr, mate, den nicht versucht zu holen. Tut mir schon fast leid. Ich hab einen Grund bei meinem Haus gehört und jetzt hab ich keinen Step mehr. Irgendwann, der ist da, wartet irgendwo. Ist der hier drin? An dem Haus, wo ich jetzt bin? Oh, warte mal. Garagenhaus. Dagegen der Schei... Ja, ja. Erinnerst du mir das Shotgun im Garagenhaus? Na ja, den sehe ich. Oh, der läuft nach hinten weg. Meine Güte. Das hat jetzt lang gedauert, ey. Ich glaub, der wollte zu seinem Mate. Nach hinten hin. Zeig mir, was du für Loot hast. Gehört nicht zusammen, die beiden. Der ist nur so abgehauen. Wow, der hat nix. Shotgun und ein Rucksack. Was ist denn da los? Machen doch auch viele Veganer gar nicht, oder? Wie du wissen. Ich hab einen ganz weit hinten 160 gesehen. Hast du nicht gesagt, bei dir waren Steps? Ja, war noch. Also, ich hab mal einen gesehen, der hatte so Schuhe an. Die sahen so aus wie Leder. Aber da stand so drauf, Vegan-Schuhe. Also, normale Veganer dürften ja eigentlich nicht Ledersachen tragen. Zumindest nicht, wenn die sagen, ich esse kein Tier aus ethischen Gründen. Dann wäre das ja dumm, wenn die dann Leder tragen. Toll, toll, super toll. Schön toll. Hast du was Cooles schon? Trends TV, danke für die fünf Monate, mein Freund. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Du brauchst deine. Ich zieh, du Eumel. Nee, ich hab AKM und, ähm, UC, also, ist okay. Oh, lass da mal hin. But I want a little bit of the vest. Je mehr wir töten, desto besser fühlen wir uns hier. Okay. Toll, toll, super toll. Oh, vor mir, vor mir, vor mir. Ja, 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 ja. Schön toll. Mein Spaß hat mich. Ich hab einen wieder knockt. Und hier vorne, der ist in diesem grünen Haus. Dieses grüntürkise. Vom kleinen oder? Hier vorne, das. Ja, direkt hier. Der hat noch einen Grip und sowas. Aber ich nehme mal die OMP. Dreier Rucksack hat der, falls du baust. Der hatte sonst nicht wirklich was. Der hier hat nochmal einen Viererscope, wenn du willst. Toll, toll, super toll. Molghetto, danke für die fünf. Schön toll. Ebenso, ebenso fünf. Vielen, vielen Dank, Molghetto. Und der Schaffner, meine Rettung auf der Arbeit. Danke für die sieben. Danke, vielen, vielen Dank, Herr Eumel. Danke euch für den Support. Merci, merci. Eine andere Leiche, wo ich das Vierer hatte, also. Ey, ich hab kein einziges Scope, ne? Also nur ein Vierer. So, wo sind die, äh, ganzen Nahkampfscopes und so hin? Ich hab auch noch einen Red Dot. Brauchst du noch einen Tactical Stock? Äh, ne, den hab ich sogar. Äh, ich kenn den Mac, wollte ich. Mann, scheiße. Lass mal, hier, lass mal hier hinten irgendwas suchen, hier. Oh. Oh, vom Dach drüben. Mach doch die Tür auf. Ja. Ach, in diesem Holzturm. Der hintere, ja. Ist der drin. Aber wie ist der denn jetzt da runtergeleckt, Alter? Einer ist hier vorne in diesem Haus. Hab ich gerade auch direkt gesehen. Hier, dieses Haus hier, ne? Äh, 240. Das rechte. Oh, shit. Der ist rübergelaufen. Okay. Ja, ich seh den an der Ecke. Ja, wie pusht man da jetzt vor von Leuten, die dich die ganze Zeit um die Ecke beobachten? Der geht über die Straße. Was? Ist knockt. Dieser Mate kommt jetzt gleich auch. Die Tür ist aufgegangen. Diese offene Tür ist der. Wie der hängen geblieben ist, so. Das ist alles so verzögernd. So leggy wirkt das. Der hat eine M4, wenn du die willst. Oh, du hattest schon eine, ne? Ich hab meine, ja. Oh, shit. Ich hab einen Hit abgekriegt. Einen ganz schön saftigen, ey. Das kann man leben. Lass mal Richtung Zone, oder? Oder willst du die... Ich wollte nicht schauen, woher die überhaupt... ...facen. Ah, nee. Lass zu. Ey, ich frag mich immer, wie das so dazu kommt, dass die da unten fighten... ...und dann plötzlich... ...du hier oben einen Hit abkriegst, so. Haben die nicht auf die Leute, die die fighten, zu achten? Oh, bitte. Bleib nicht da stehen. Oh, Mann. Wirklich? Oh. Wie weit sind die weg? Kann ich noch vor? Boah, ein Third Person im Berg hoch. Super ekelhaft. Wo steht die vorne? Hier, ja. Warum steht die denn hier? Was denkt der, was der jetzt noch im Buriki findet? Ich glaub, da hat einer hohe Latency. Boah, wo? Wieso hier anhalt... Ich versteh's nicht. Lass mal gucken. Wir finden den bestimmt. Der kommt gleich. Ja, ich seh den. Ah, ich komm im Haus raus jetzt, ne? Einer knockt. Dann ist es beim Auto. Am Auto dran? Ja, ziemlich knapp. Ich weiß nicht, ob da hinten so ein Hügel ist. Aber der ist close. Ey, der eine hatte... Womit kam der raus? Pistol? Ah ja, ich seh den da unten liegen, glaub ich. Na, drei jetzt. Oh, zieht auf mich. Nice. Der hat nur einen Revolver. Revolver und Schalldämpfer. Was ist das? Was ist das für Loot? Mein hat der nur... Hast du einen Halfgrip? Mein hat der nur einen Revolver. Ne, ich bin... Ah, eher extended, wenn du hast. Ich hab jetzt gerade alles getoppt. Der hat eine Car gehabt, nämlich. Eine Car? Car? Ich kann noch... Ähm... Ich glaube, ich bleib bei meinem... Er hätte keine Heilung oder Shit. Oh mein Gott. Und wir müssen... Wollen wir mit einem Auto fahren? Ja, mein gut. Das ist noch nicht so schlimm. Ähm... Nur zwei First Aid und zwei Pan-Killer, das ist... Ja, hier, warte mal. Ich kann denen noch einen First Aid geben. Ich hab drei und... Hier, die kannst du auch noch haben. Toll, toll, super toll. Schön toll. Wie kann man denn ab jetzt noch nur einen Revolver haben? Die hatten doch, glaube ich, eine Challenge. Hm, oder? Eigentlich, ja. Schnipsel, danke für die elf Monate, mein äumeliger Freund. Danke für Support. Über lange Zeit, Messi. Schon richtige Sachen, nochmal. Ja. Ich meine, das Gute war, der hat den Chalet, aber sonst. Bügel ist ja leider auch irgendwie nix für uns. Ruinen sind Schüsse. Willst du hier hin? Hast du was vor? Weil das kommt gar nicht von den Ruinen. Nee, das war jetzt final. Wir können die abfangen. Aber ich weiß nicht, ob hinter... Ich weiß nicht, ob hinter uns an den Häusern was ist, ne? Wirst du ein bisschen aufpassen. Ah ja, warte mal, da ist doch so ein geflippter... Ja, ich sehe die am Hügel, rechts. Guck mal, der eine steht, glaube ich, nur. Der heilt sich gerade. Außer? Der hat zwei AKM-Hits. Der hat sich einfach mitten auf dem Feld... Hat er sich ein... ...Energy gegeben, Mann. Genau der war das. Genau der war das, ja. Warte, lass mal gucken, wenn er... Ich hab nichts gehtet, ne? Ich glaube, ich hab ungefähr 40 Schuss daneben gehauen. Also jetzt ungelogen. Jetzt hat der eine Hit. Ja, das war nicht. Der hat keine Weste mehr. Der ist ultra low. Der hat keine Weste mehr. Nichts von mir schießt irgendwas. Ja, jetzt sind die beide tot. Ende gut, alles gut. Man muss ja nur weniger Potatoen als der Gegner. Ich gucke mal, ob der AKM-Muni hat. Hat ja gereicht. Zum Glück. Der eine hat auch eine Dreier-Wiste. Uh. Helm vielleicht noch eine gute dabei. Äh, Zweier-Helm, ja. Hm. Obwohl, bei den neuen Dingen hier ist es eh wurscht, was man... Boah, die haben viel Heilung. Jetzt gerade habe ich schon wieder so gar keine Lust, überhaupt eine SMG mitzunehmen. Ich frage mich gerade, warum ich das eigentlich mache. Hier ist auch noch Heilung unten. Ich finde die Vector ziemlich geil. Gönn dir. Ich habe unten Schallie hingelegt, ne? Kannst du vielleicht auf deinen... Ah, ne, war kein Sniper-Schallie. Schon gut. Boah, ich glaube, ich hau die weg. Ich glaube, ich mach mit K. Mach das so. Naja, das ist nur AKR, AKMD mehr. Okay. I am ready. Ich gehe schon mal ein bisschen rein. Jetzt scheiße ich halt einfach mal doch auf die UMP. Die habe ich bisher eh nicht gebraucht. Also... Naja, Kario. Aber ist das nicht die neue Meta? Ja, die ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich übe lieber AKM. Weißt du, wenn man die AKM gut kann jetzt, dann ist man ja fast unstoppable hier in dem Game. Wo haben wir nochmal unseren Wagen geparkt? Hier oben, ne? Ich meine, ich habe den noch in der Zone geparkt. Ah ja, hier, genau. Ich heile mich mal erst im Juden. Ich hätte zweifelst 8 mehr mitnehmen sollen. Aber was soll's. Basta. Drei. Ich kann ja hier noch. Hast wieder 7 mit, ne? 6 habe ich. Ja, komm. Lass mal ein bisschen reinfahren. Ist zwar leider der beschissenste. You easy, aber was willst du machen? Ey, was muss mir heute übrigens passiert ist in der Runde, Quantum? Ich wollte mit dem Boot von Primorsk zur Militärinsel fahren. Unterwegs noch einen Drop genommen. Und dann war mein Sprit leer. Genau an derselben Stelle, wo schon mal bei uns beiden das Sprit leer war. Weißt du noch? Wo wir die Runde dann noch so kacke geholt haben und so am Berg klettern mussten. Fast genau an derselben Stelle. So vielleicht 200 Meter daneben ist mir wieder der Sprit leer gegangen. Soll ich schon mal versuchen, zu den Häusern weiter reinzufahren? Da müssen wir nachher nicht so versuchen, über die Felder zu laufen. Ich mein, Münzwurf halt jetzt, Quantum, ne? Prima. Na ey. Ihr habt Kopf genommen, ich hätt Zahl genommen. Ich bin besser. Hier geh ich mal ran. Aber wenn hier nix ist, dann... Ist sogar noch ein Dutch, ja. Auf ist auf jeden Fall. Careful. Ja, brezels von neuen Seiten. du? Okay, ja, hier ist clear. Das Haus. Aber wir müssen aber eh wieder ein bisschen weiter. Sollen wir schon mal reinbrettern, Kontum? Und da fighten? Oder sollen wir laufen? Ich würde sagen, wir brettern sogar rein. Das ist so offen, ne? Oh shit, an der Küste. Komm, wir nehmen den Dutcher. Hast du gerade eine schallgedämpfte Waffe? Warte mal. Damit die Leute hier nicht nur einen Vorteil kriegen durch uns. Ja, dann lass mal. Ich hoffe, das geht gut aus. Ähm. Ja, damit die Gegner nicht da... Oh, hier ist ein Motorrad drin, ne? Die Leute sind hier, 100 pro. Hier drin ist ein Motorrad. Ah. Außerhalb, Ingo. Warte, der kommt. Die kommen, die werfen Nails rein. Da war drin, ist er ausgenommen. Der Mate ist außerhalb. Ab ihn, ab ihn. Nice. Ey, dieses Geräusch von Motorrad. Shut up. Ich hör das gar nicht. Bei mir ist das gar nicht. Was? Hörst du nichts? Nö, bei mir ist das Geräusch nicht. Ich hab die besseren Einstellungen. Ich hab übrigens richtig viele Boots. Brauchst du noch welche? Ich hab drei Penis. Die Leute draußen, die haben sogar noch. Also ist noch nicht mal so, dass wir knapp sind. Knappe Messen. Friends. Warum gehen wir jetzt eigentlich in die schlechtere Position? Ach ja, weil wir super gut sind. Hab ich vergessen. Warum frag ich eigentlich, Quantum? Ja. Weiß auch nicht. Oh, wir sind richtig gut. Wir sind genau mittig, Quantum. Oh mein Gott. Verbarrikadierungsmodus. Oh nein, hier ist keine Tür mehr. Warte, ich verbarrikad... Der Hügel ist zwar ein bisschen blöd hier. Da kommt sieht, ob jemand... Wenn wir keine Tür mehr haben, müssen wir halt... erfinderisch werden. So. Das ist jetzt unsere Tür. Das ist eigentlich ein richtiges Scheißhaus, weil wenn Leute hier am Hügel sind, dann sehen die uns eher... als wir die. Ich geh mal in das rote Quantum, dann können wir uns noch ein bisschen vielleicht gegenseitig decken. Das ist ja vorhin im Haus, da hätten jetzt die ganze Zeit Leute gegammelt und die hätten nur nicht geschossen, weil die so übelst Gammler sind. Macht zum Glück alles gut. Im Süden und im... Also ich kann von hier gut gucken, wenn die Leute am Berg bei dir sind. Du darfst auf jeden Fall nicht auf das Dach oben gehen, ne? Weil da bist du vom Hügel richtig schnell fratze. Werden von da jetzt kommen, auf jeden Fall. Oh. Er hat auf mich geschossen. Sehen aber nicht. Ja, warte, ich hab den Gönner. Wahrscheinlich vom Hügel. Ich dachte, der wäre in dem Busch so erst. Der ist in dem Busch. Loll. What? Der war in dem Busch. Ich dachte so, oh, da ist ja einer in dem Busch. Und dann dachte ich so, war der noch nicht. Nein, hier unten. Relativ close. Sein Mate ist hier gerade bei mir. Der ist zum Glück gesprungen. Ich dachte doch, ich hab was in dem scheiß Busch gesehen, Alter. Ich musste da zweimal reingucken. Reingucken. Richtige Buschkinder. Nur so ein Mowgli. Boah, ich fühl mich hier so. Oh shit, die sind close hier hinterm Hügel. Zone kommt gleich, dann haben wir vielleicht Glück. Der ist weiter weg, aber der andere ist close. Das war, ich wollte nur das Fenster kaputt schießen. Eigentlich hätte ich die AK nehmen sollen. Ich guck mal, es ist derweil noch nach hinten. Wenn du die siehst, sag Bescheid. Ja, ich hab hier einen schlechten. Erst wenn die hier schon runterlaufen zu mir. Ich muss gleich mal wieder ein bisschen AKM-Monie holen, glaube ich. Und ich noch ein paar mal Spray. Dieses Gebäude war relativ gut von uns gecallt, Quantum. Weil wir einfach Skill haben und wissen, was die Zone macht. Merkst du, was Skill ausmacht? Die taktischen Berechnungen laufen lassen. Mein Zonenalgorithmus läuft immer auf meinem Streaming-Rechner. Im Hügel sind es einige, aber ich will es tun. Aber wenn wir da jetzt hinpushen und dann sterben, dann regen wir uns richtig auf, Quantum. Ja, vor allem müssen wir nicht. Ja. Ich stehe ein bisschen weiter weg. Einer ist da irgendwo. Ich sehe die erst pushen, wenn die schon hier sind. Ja, ich kann die ein paar Sekunden eher sehen, wenn die hier lang kommen, wo ich glaube. Oh, hinter uns sehe ich welche. Was hast du hinter uns? Die im Norden, 15. Riesen auf die vom Hügel aus. 15 sind welche? Ja, ja. Hinter den Bäumen keine Zähne sind immer. Ah ja, ich sehe einen Stein da hinten, ja. Hat er gerade was mit dem Stein gesehen. Die müssen vorkommen, die sind nicht in der Zone, Quantum. Stein geht vor. Ist es knocked? Habe, 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 habe. Habe ein Team. Bei mir ist einer. No. Mach safe, Quantum. Habe, habe. Habe da einen anderen. Nice, nice. Äh, nur noch zwei andere. Uh. Boah, die AKM geht richtig gut. Klar, mit dem Kompi. Ich schwöre, ey. Gar nicht mal so schlecht. Oh. Das weiß ich. Ich habe nur das Fenster gehabt. geschossen, dass ich gleich rausspringen kann. Ähm, Standseite im Westen. Ding war. Sehe ich aber nicht. Ja, der ist da ganz hinten im Westen. 260 vom JAS. Mhm. Ja, wir müssen mal ein bisschen noch aufpassen, falls das zwei Einzelne sind. Ich hätte jetzt keinen Bock an zwei Einzelnen zu sterben, ey. Wir können immer noch hier drin gammeln. Die Zone ist immer noch perfekt berechnet. immer noch einen peeken dort. Kannst du ihm Headshot geben? Dann wissen wir, was im jeden Fall. Ich habe den Sound von mir. Ich habe den Sound von mir. Kannst du nicht, äh. Aber ich höre keine, ich höre keine Steps bei mir, also. Okay, das sind beide, glaube ich, dort, oder? Ja, glaube ich schon. Ich schmeiße einen Nade zu mir. Hat der wie viele fucking Hits, der überlebt, ne? Einen, der über die Straße gegangen ist. Der andere ist, okay, dann ist der andere auch so. Ey, der hat jetzt locker fünf AKM-Nades überlebt. Der muss kommen. Wir haben sowas von gewonnen. Ich versuche, den mit einer Nade zu killen. Ich sehe den, ja. Nade bei mir? Ja, ich sehe von wo der gewonnen hat. Da, wo ich hinwerf die Nades, da war der kurz. Nein! Ich hatte die falsche Waffe in der Hand. Ich wollte mir Kill Nummer 17 holen. 17? Ja, jetzt nur 16. Fuck. Mann, ich hatte... Ich hatte die falsche Waffe in der Hand, Mann. Kacke, ey. Egal. Links wird haben gegönnt. So. Boah, die AKM ist schon ziemlich geil. Ich glaube, ich weiß, was meine neue Main Weapon wird. Für ARs. Ich meine, zum Teil war der Spray schon eigentlich ein bisschen schwieriger. Also bei einer vollen M416. Aber... Halt die Power, ne?